Hallöchen! Willkommen bei einer neuen Folge! Let's play mit Matt! Eine besondere Folge, weil das Decorations-Update ist raus. Es ist zwar schade, dass das das offiziell letzte Update war, aber kommt schon Leute! Dekoration! Rüstungsständer! Pfeilständer! Der Rest ist alt. Was ist hier neu? Keine Ahnung. Die Pilze habe ich nicht gegessen, die habe ich nur gefunden. Ja, das Übliche, dass mir alles doppelt und dreifach angezeigt wird. Werkbank. Zum Häuschen komme ich gleich. Das heißt, sonst ist hier nichts neu. Ich muss doch so ein paar Sachen machen. Aber Werkbank ist cool. Und sehr breit. Ich könnte zwar jetzt hier irgendwo reinbasteln, aber es ist mir zu eng. Ne. Also folgendes. Ich habe etwa ungefähr drei Stunden. Ja, ungefähr drei Stunden hier reingesteckt. Das Haus ist, also das Haupthaus ist soweit fertig. Ich möchte auch gar nicht so viel größer bauen. Jetzt müssen wir noch herausfinden. Hier nicht. Hier auch nicht. Bergbank. 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 Okay, die Bank zusetzt, ich sehe ich! Boah, dann geh halt ins Bett, Junge. Ist doch erst 9 Uhr abends gewesen. Na jedenfalls, ich habe ungefähr 3 Stunden in das Haus gesteckt. Es ist jetzt 3x3. Ungefähr 3x3 groß, ja. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Das könnte ich eigentlich auch schnell ablegen. Äh, nicht so. Eine brauchen wir nämlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, gut. Also ganz fertig bin ich noch nicht, weil ich mir gedacht habe, so eine Art Garage. Die ist halt noch nicht fertig. Da hatte ich dann keine Zeit mehr. Und ansonsten muss ich die Garage vielleicht noch etwas erweitern. Das werden wir gleich bald vielleicht sehen. Schauen wir mal. Miau. Was macht denn da Miau neben mir? Eine Mieze-Katze. Wir müssen mal gucken. Wie das ganze neue Zeug funktioniert, bleibt jetzt herauszufinden. Ich würde mal tippen, dass wir diverse Pflanzen brauchen. Pilze. Und dieses, äh... Und dieses, äh... Ähm... Psycho... 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 Bedeutung hat. Die aktuell gerade nicht hier wachsen. Tum. Oh, shit. Es hat den Fokus verloren. Okay. Ähm. Schön. Okay. Brauchen wir einen neuen Bogen. Ich habe leider noch keinen Stammesbogen gefunden. Die Frage ist, habe ich das Seil? Nein, haben wir nicht. So. So. Mal kurz die Werte aufgepeppt. Also die blauen Pilze brauchen wir wahrscheinlich für die weiße Farbe. Es hat auch die Frage, ob gerade... Oh. Blaue Farbe. Perfekt. Paranus. Das Zeug da. Ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Herstellen. Herstellen mit. Mit was könnte man blauer Farbe machen? Mit welchem Utensil? Ist der Typ verblutet? Wäre nicht schlecht, weil der hat doch Pfeile von mir. Zumindest einen. Das sieht aus. Das sieht echt verkehrt aus. Ja, ich sammle Honig. Der schadet nicht. Rote Pilze für rote Farbe würde ich tippen. Ähm, die Blaupause für weiße Farbe ist zumindest... Ach so. Das war jetzt Ding. Technik. Was brauchen wir denn für Werte? Jetzt wird der Honig im Weg sein. Weil die... So geht's. Diese Höhle hatten wir noch nicht abgesucht. Die habe ich mir so ein bisschen aufgehoben. Mehr oder minder... Stein. Das mit dem Stein? Zum Zermahlen? Nein, auch nicht. Tolle Höhle übrigens, ne? Ah, der Eingang war woanders, meine ich. Hier nehme ich. Hier nehme ich. Hier nehme ich. Upsi, ja. Vielleicht mit... Ich habe keine dabei. Kokoschale? Hier kann es Eisenerz geben. Wovon wir noch... Das ist die gelbe Farbe. Das war zu erwarten. Oh! Hier wachsen die auch. Oh! Hier kann es Spinnen geben. Hexen... Hier. 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 Sehr liebhafte Höhle. Und... Warum habe ich das da eigentlich dabei? Nein... By the way... Mir ist aufgefallen, dass ich... dass ich die Angel verlegt habe. Ihr habt gesehen, dass ich sie auf den Boden geschmissen habe. Aber da war sie dann irgendwie nicht mehr. Ist kein Drama, ist nur irgendwo merkwürdig. Oh, geht doch. Hier haben wir Eisen. Aber nur ein... Kein Seil. Oh. Ne, mit denen möchte ich mich jetzt gerade nicht anlegen. Wir sind auf der Suche nach anderen Sachen. Das zum Beispiel. Rote Farbe. Wo ist wohl der Ingo? Warum habe ich die Wappen? Komm. Wie ist das? Blaupause passt. Der hat jetzt aber nicht mit mir geredet. Ich mach's ungern. Und das hilft auch nicht. Herstellen? Ach so. Aber das ging ja schon immer. Wir hatten Glück. Wir haben uns keine Parasiten geholt. Weiße Farbe. Die Blaupause für die weiße Farbe war ja von Anfang an da. Auch wenn ich gerade nicht weiß... ...mit welchem Gegenstand das gehen soll. Wir müssen uns erst mal waschen. Und das Inventar leeren. So. Okay. Gewaschen. Schweinchen. Was trinken könnte man eigentlich auch noch. Und zwar... Vorratskiste. Gut. Das brutzelt vor sich hin. Das können wir essen. Die müssen wir kochen. So. Gut. Brauche ich die Werkbank? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich würde es sich sogar lohnen, ein Feuer zu machen. Ob das Wiki schon soweit geupdatet wurde? Das kocht jetzt. Die Spinne muss verbrennen. Ein Gegenstand dazu. Aber welche? Wasser vielleicht. Tonschale? Keine Fehler. Was könnte man benutzen? Irgendwas zum Stampfen hätte ich sonst gesagt. Aber... Fünf Hydrationen. Fünf Hydrationen. Fünf Hydrationen. Okay, warum so wenig? Das ist ja lustig. Okay, die Wurzel, das habe ich hier noch... Das habe ich bisher immer nur im Lagerfeuer gemacht. Aber das ist ja cool. Fisch gekocht. Passt. Was ist da drin? Das ist nicht gesund, was da drin ist. Farbe? Vielleicht eine Schale, oder? Die habe ich hier oben. Wobei ich gerade keine rote Farbe brauche. Ne, auch nicht. Was brauche ich denn, um Farbe zu machen? Ich werde nachsehen. Sonst sitzen wir hier noch ewig. Kopfschmerzen. Ich werde nachsehen. Ich werde nachsehen. Wie geht das schon mal nicht? Mit so einem Bugs. Was gibt das denn alles für Bugs? Maden? Ja. Was gibt das denn alles für Bugs? Es gibt Maden, es gibt also die Insektenlarven. Jetzt machen wir uns erstmal was anderes. Vielleicht hilft uns das hier schon mal weiter. Und für die Möbel brauchen wir scheinbar offensichtlich... Ja, die Fackel. Hatten wir die schon mal gemacht? Ich weiß es. Nein? Hä? Ich meine, wir können mal eine Fackel machen. Vielleicht. Okay, da unten ist nix so ungünstig. Okay, da unten ist nix so ungünstig. Aber doch nicht, nee. Oh! Mit, mit, mit Weiber? Stock? Seil? Nee, Blätter können nicht gemeint sein, das Eck. Ach, was machst du denn? Aber was anderes geht ja nicht. Ähm, das mit dem... Wie macht man Pinsel? Damit nicht. Oder muss es ein kleiner Stück sein? Hm. Hä? Was wird das jetzt? Was wird das jetzt? Mit dem kleinen Stock? Hä? Da fallen Stöcke vom Himmel. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ähm... Was will das Spiel von mir? Damit das auch funktioniert. Ich baue jetzt erstmal meinen, ähm, Arbeitsplatz fertig. Das, äh, die Pseudogarage, die ich nicht in... Mit Wänden verkleiden werde. Die bleibt offen. Ähm... Ich könnte auch ein bisschen Fett gebrauchen. Es ist... Okay, der gibt kein... Was mach ich denn mit? Eine aufheben. Herstellen. Mit denen mache ich die weiße Farbe, würde ich mal tippen. Aber wie? Brauche ich? Seile brauchen wir noch. Oh, ich bin so verwirrt. Ich muss noch mal nachlesen. Es hilft sich nichts. Ich habe keinen Plan. Also, wie war das? Kleiner Stock. Seil. Federn. Zwei Federn. Die Nuss ist es nicht. Was? Was willst du von mir? Was soll das werden? Hm. Oder willst du zwei Seile? Nein, auch nicht. Ich bin überfragt. Ich bin so überfragt. Bist du fertig? Ja. Ja. Sehr schön. Kein Platz. Kann ich die Pilze eigentlich rösten? Nö. Aber wir könnten die mal essen. Einfach ums gegessen zu haben. Ach. Ach. Ach so. Okay. Die Folge ist jetzt wahrscheinlich ein wenig kürzer, aber ich werde an dieser Stelle beenden. Mich schlau machen. Und dann können wir hoffentlich endlich das Update genießen. Oh. Paranussschale plus... Dann lag ich mit meiner Scha... Das ist ja geil. Kurz vor Schluss noch herausgefunden. Stock, Pinsel. Ja, aber habe ich doch versucht. Was meinen die... Stock, Seil? Aber das habe ich doch versucht. Oh, ist das süß. Herstellen. Oh, das habe ich doch für... Oder sag bloß, ich sollte das erst freischalten. Wollt ihr mich veräppeln? Aber, oh mein Gott, ist das cool. Äh. Okay, nicht beim Messerhalter. Okay, dann tun wir halt den Speer raus. Den brauche ich eh nicht so oft. Oh. Mein. Gott. Okay. Ich brauche Paranüsse. Beim nächsten Mal. Danke an dieser Stelle fürs Zugriffen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder beim Stream. Ich bin der Woche in der Live. Link da zur Beschreibung. Jetzt können wir bunt werden. Und andere Sachen machen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und... Bye-bye.